Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Martinas Youtube-Kanal, befinden mich zur Zeit gerade im Europapark. Ihr werdet dann noch ein paar Eindrücke sehen. Bis später. Schon wieder da, da nicht so fertig. Ok, schon wieder. Woha! 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 Bist nass oder? Bist nass oder? Bist nass oder? Bist nass oder? Ich könnte ja auch nicht immer nur mal die Stimme machen. Bist nass oder? Bist nass oder? Bist nass. Bist nass oder? Das geht dann auch etwas geier hinter. Das geht dann auch etwas geier hinter. Wenn ich ihn verliere, ist es egal. Ich habe genug von ihnen zu schäfeln. Alles klar, die Kamera ist zwar etwas nass geworden, aber nicht so tragisch wie sie, wie es aussieht. Hallo zusammen, ich war gestern ja zuerst im Europapark. Es hat viele Leute gehabt. Zu wenigstens, was man angestanden war, war 1 Minute. Und das meiste, was man angestanden war, war 50 Minuten. Jetzt sind meine Freundin und ich leider nicht angestanden. Dann haben wir unbekannt. Sie wollen sich nicht bekannt geben, das ist ja logisch. Und zu mittleren war 30 bis 35. Ich habe einen kurzen Film gemacht. Sorry, dass man mich nicht vom Gesicht her gesehen. Es wird leider nicht so ein langes Video sein. Aber es wird auch ein Video sein, wenn euch das Video gefallen hat. Gebe dem Video ein Like, kein Dislike. Lasst gerne ein Gratis-Abo da bitte. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online kommt. Das nächste Video kommt am Samstag oder am Sonntag online. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis am Samstag oder am Sonntag. Tschüss, das wäre ich mega gerne. Und ich schicke euch ganz viel Liebe raus in die Welt. bis zum nächsten Mal.